So, jetzt sind wir noch hoffentlich gleich am Brick Lane Market. Ja genau, Hamburigreen. Gerne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst, damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Gott, da drüben sind sie alle. Ach du Scheiße. Wir gehen einfach mal außenrum und versuchen ja nicht viel Aufmerksamkeit zu erregen. Na, die könnten nützlich sein. Gönnes Licht verwirrt die Dummköpfe. Handy, Autoschlüssel. Wo ist denn hier so ein Verteilerkasten? Hä? Ach, da draußen ist das Ding oder was? Das Teil da oder was? Ne. Äh, wo denn? Wo denn? Hier ist kein Verteilerkasten. Was blinkt denn da? Was will ich haben? Das Ding da oben oder was? Ne. Ja super, das ist ja nur ein plünderbares Objekt. Auch das da. So, schauen wir doch mal. Wo ist jetzt hier so ein Verteilerkasten? Ach, da oben. Öffne die Abkürzungen zum Safe House. Okay. Gottes Willen. Dann ist auch noch leer. Okay, Abkürzungen zum Safe House. Gibt's hier was, was ich haben kann? Ne. In der Nähe ist ein Gulli. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safe House. Risky im Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Dietrich erforderlich. Ach Gott, Leute. Was? Wo ist hier ein Gulli? Der hat irgendwas von Gulli gelabert. Dach. Dach, Scheiß. Jetzt hab ich mich falsch gemacht. So. Guter Arbeitssoldat. Auf geht's zum Safe House. Ich muss schon sagen, auf der PS4 macht das schon ein bisschen mehr Spaß als auf dem PC. Versuche in den Supermarkt zu gelangen. Ach, muss ich wieder zurück. Na, danke schön. Dann gehen wir halt wieder zurück und versuchen in den Supermarkt zu gelangen. So. Aufheben, wat? Achso. Zeitungen. Okay, ich weiß zwar nicht, was die gut sind, aber... Ich weiß, dass sie nicht mehr so ist, was sie nicht mehr so ist. Ein Kuchen, schön. Ich dachte, ich finde mal was Nützliches. Komm her, komm, dicker. Auf geht's. Leer, eh klar. Leer. Ähm. Ähm. Okay, hier ist nichts mehr. Okay, den dicken hatten wir gerade. Nix in der Mülltonne, hier vielleicht. Nix in der Mülltonne. Okay. Wo rein denn? Oh Gott, macht doch diesen Stress, ey. Diese armen Bullen sind sicher wegen des Supermarkt-Alarms gekommen. Jetzt haben sie ein echtes Problem. Oh Gott, der macht den Stress, ich weiß gar nicht wohin. So, gibt's hier irgendwas zum Plündern? Nö. Ach, da unten, da kriecht einer. Oh Gott, den hab ich ja gar nicht gesehen, den Arm. Oh, Mensch. Armer Junge. Oh. Drecksack, ey. Hat der was? Ja. Ach so. Ähm. Plündern. So, der hat das. Okay. Ähm. Wie kann ich denn meinen Rucksack haben? Öffnen? Ach so. So kann ich meinen Rucksack öffnen. Wie kann ich das zu mir nehmen? Ah, okay. Ah, okay, mit X kann ich's also zu mir nehmen, okay. So. Oh, hier ist so hell. Und jetzt? Geht's irgendwo hoch, oder was? Die Türen gehen ja alle nicht auf. Ah, da ist die Tür. Okay. Verbarrikadiert, mischt. Such dir einen Hammer. Damit kannst du Bretter von den Türen schlagen. Äh, Hammer, Hammer, Hammer. Pistolenmunition. Ähm. Ich geb geen Hammer. Was machen wir denn jetzt? Ähm. Nö. Kein Hammer. Hammer. Hammer benötigt. Es gibt keinen Hammer. Wir haben keinen. Da ist er. Wenn du schon mal da bist, greif zu. Klau, was du kriegen kannst. Ach. Ich drücke mal eben in Falschlasse. Tack. So. Klau, was du kriegen kannst. Die Regale sind leer. Ha. Leer. Selbst die Personen sind alle leer. 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 Und ich bin voller Blut. Wer schreit denn hier rum? Nervt doch nicht. Ich habe noch genug Vorräte.